Joho Leute, es geht weiter mit Shantae! Und ja, mal gucken, was uns jetzt für Abenteuer erwarten. Und Moment, warum funktioniert... Hallo? Ah, Moment, ich muss den Fokus... So, ich musste den Fokus erst auf den Bildschirm bringen, denn sonst hat mein Controller nicht funktioniert. Gut. Nummer 1, da hatten wir gespeichert. Und genau, wir sind im Speicherraum. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier noch gerne mal alle Bewohner ansprechen würde, denn das mit dem Tanzen wusste ich ja vorher auch nicht. Deswegen geben die mir vielleicht noch gute Hinweise. Also, long ago there were Genies all over the place. Now you're lucky if you ever lived to see one. Okay, also früher gab es ganz viele Genies überall und heute kannst du dich glücklich schätzen, wenn du einen noch triffst, so. Okay. This is Scattletown, the fishing village. We have our very own Guardian Genie named Shantae. Oh, wait, that's you. Okay, der hat uns gesagt, dass das hier Scattletown ist, ein Fischerdorf, und wir haben ihren eigenen Wächtergenie. Und zwar uns. Dann hat er bemerkt, dass er ja gerade mit uns redet. You're a dancer, right? You should check out the dance parlor tonight and shake what mama gave you. It's a great way to earn extra games. Okay, anscheinend können wir durch den dance parlor, dann ein bisschen tanzen und dann Edelsteine verdienen. Nicht schlecht. I'm afraid to leave town at night. My daddy says that monsters get twice as strong when the sun goes down. Do you think he's pulling my leg? Okay, anscheinend, Monster werden doppelt so stark, wenn man, wenn's dunkel ist draußen. Interessant. You can press the start button to keep track of all your... Ja, ja, das hatten wir schon letztes Mal. Ähm, da war noch ein kleines Mädchen, das hier rumgelaufen ist, meine ich. Haben wir dich schon gehabt? I've traveled to Watertown in the East and to Oasis Town in the West. Have you visited either of them? Nein, also er hat uns gesagt, dass er in Watertown und in Oasis Town war und hat uns gefragt, ob wir schon in irgendeiner von beiden waren. Okay, da war noch grad so ein komischer Typ, der hier nach rechts gelaufen ist. Äh, nein, hatten wir dich schon. Mit dem Press the Start button. Ja, das hatten wir auch schon. Bla, bla, danke. Aber da war doch noch ein Typ. Du. Long ago the witch. Ja, das ist gut, das hatten wir auch schon. Alles klar, dann denke ich mal, hab ich jetzt mit jedem hier geredet. Dann gehen wir mal zu den Town Gates und verlassen die Stadt, um nach Watertown zu reisen. Der Dampfmaschine hinterher. Gut. Aha. Äh, nach links? Moment. Moment, 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 Moment. In welcher Richtung liegt jetzt Watertown? Rechts oder links? Oder kann ich nicht nach rechts? Doch, ich kann nach rechts. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, in welche Richtung ich reisen muss. Das nach links sah so nach Korallen aus. Und das rechts sieht nach Feld aus. Deswegen... Hm. Ich geh jetzt mal nach links. Kann nicht schaden. Korallen. Wasser. Eine. Naga. Wow, was zum... Lass mich in Ruhe. Wow, ist die stark. Hallo? Ich bezweifle, dass ich hier schon lang muss. Die ist viel zu stark. Aber gibt uns auch viel Gold... Äh, Edelsteine meine ich. Hm. Ich geh mal weiter. Vielleicht finden wir doch noch was. Noch so eine. Komm, stirb, stirb, stirb. So viel. Fünf. Fünf hält die aus. Oh Gott. Ich glaub, du musst mal irgendwas mit deinem Haar machen, Shantae. Das ist nicht stark genug. Nee, nee. Du musst besseres Shampoo benutzen. Hm. Aua. Verdammt. Ein Scharfschütze. Aua. Schon wieder. Okay. Ich weiß nicht, überhaupt noch nicht, was passiert. Moment, ist das eine Leiter? Das ist eine Leiter. Cool. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich kein Leben mehr habe. Ob ich dann von vorne anfangen muss. Und wie kriege ich extra Leben und so. Das ist alles mir noch unbekannt. Und du, Mistvieh, mach auf. Gut, dann gehen wir halt hier durch. Nein? Das will nicht zerfallen. Okay, dann brauche ich hier wahrscheinlich... Okay, das sieht doch so aus, als würde es uns ein Herz mehr geben. Das ist wie so ein Herz mit denen, aber ich komme hier noch nicht durch. Wahrscheinlich brauche ich da noch irgendeine Fähigkeit für oder einen Tanz oder so. Mal gucken. Gehen wir erst mal wieder hoch und gucken, was uns sonst noch erwartet. Bis wir sterben, gehst du bitte hoch. Danke. Und dann gehe ich, glaube ich, doch lieber nach rechts. Nein, ich gehe direkt nach rechts. Ah, nein, nicht nach unten. Ich wollte mich nur bücken. Okay, nach oben. Geh nach oben. Danke. Ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr nach rechts zurück. Ich muss da hoch. Weil wenn ich jetzt hier... Ich kann nicht... Nein, da komme ich nicht durch. Ich kann nicht geduckt springen. So. Da kommt doch bestimmt wieder ein Schuss. Nicht? Oh. Ja, von da. Hallo? Ich komme überhaupt nicht mehr zurück oder wie? Ey. Ist gut mal hier. Ich komme nicht zurück. Was soll denn Blödsinn? Springen. Ja gut, dann bin ich jetzt tot. Und ich starte hier wieder. Was soll das denn? Äh, Leute. Das ist gerade irgendwie ein wenig blöd. Komme ich... Nein, hier komme ich auch nicht hoch. Aber ich kann... Hallo? Ich kann die verletzen. Nein. Aua. Komm schon. Von hier... Ne, von hier geht auch nicht. Äh. Ich fühle mich gerade ein wenig verarscht. Ich möchte hier zurück. Ich möchte hier nicht bleiben. Ich bin gefangen. Und werde hier von irgendwelchen blöden Nagas fernig gemacht. Ach. Toll. Spring! Voll in die... Mh. Mh. Okay. Dann sehen wir wenigstens gleich mal was mit... Bei Game Over... Was bei Game Over passiert. Na toll. Noch einmal sterben. Es macht so viel Spaß. Tolles Spiel. Echt tolles Spiel. Ja. Pff. Pff. Du. Spring jetzt da hoch. Geht... Ja. Geht doch. Warum nicht gleich so? Was ist denn das für ein blöder Sprung? Jetzt stirbt. Gut. Jetzt habe ich nur noch so wenig Leben. Äh. Ich will jetzt... Nein. Moment. Da komme ich gar nicht nach rechts. Äh. Nein. Und es ist Nacht. Ich muss gerade an Castlevania 2 denken. Wo da dann beim Tag- und Nachtwechsel ein... So eine Szene kommt. Wo dann so... Es steht... A terrible night to have a curse. Und man die nicht abbrechen kann. Und dann 10 Minuten warten... Äh. Ja. 10 Minuten. 10 Sekunden warten muss. Bis man weitermachen kann. Und... 2 in 3... Nein. 2 in 3... 4... 5... 6... 7... Doppelt so stark. 8... 9... 10... 10. Wow. Ich will hier weg. Ich bringe mich einfach um. Stacheln. Bam. Und es ist wie Megaman. Einmal reinfallen. Schon ist mein Tod. Wow. Okay. 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 Risky Boots. Ich denke mal, das ist... Ja, das ist Risky Boots. Haha. Und sie hat gewonnen. Na toll. Game over. Dann machen wir mal Continue. Ich möchte nicht verlieren. 4... Hm. Okay. Ich habe jetzt 4 Leben. Das heißt... Ich weiß nicht. Habe ich Geld verloren? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Das sieht so aus, als hätte ich nicht Geld verloren. Das ist natürlich praktisch. Anscheinend habe ich nichts verloren. Und ich habe jetzt sogar noch mehr Geld. Und es ist Nacht. Das heißt, ich gehe mal in den Dance Parlor. Vielleicht erwartet uns daher etwas Schönes. Hallo. Äh. Ich möchte mit dir reden. So. Bist du hier um zu tanzen? Ja. Okay. Was willst du versuchen? Höhere Ränke bedeuten größere Bezahlung. A, B, C, D, N, C. Ich versuche erstmal den einfachsten. You are right to us. Äh. Du redest komisch. Gut. Und wie funktioniert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hi. Ich bin Shantai. Ah. Okay. Das sieht doch gut aus. B. Nein. Falsche Taste. Hä? Äh. Moment. Irgendwie ist meine Tastenbelegung. Scheiße. Was soll denn Mist? Hallo? Ah. Jetzt geht's. Okay. Äh. Das war irgendwie nicht so wirklich. Aber ich habe das Ziel geschafft. Zehn Kristalle. Sechs gewonnen. Äh. Äh. Nicht genug Games. Toll. Äh. Ich will es nochmal versuchen. Ja. Ja. Ich möchte es nochmal versuchen. Bitte. Ja. Ist mir egal. Ich versuche nochmal den einfachsten Rang. Denn irgendwie muss ich das schaffen. Ich muss es schaffen. Oh ja. Los. Los. Hi. Ich bin Shantai. Ich tanze heute für euch. Und hoch. Hoch. Runter. Runter. Und wieder hoch. Und hoch. Und runter. Und ich lasse die Hüften kreisen. Yeah. Und ich hüpfe. Und oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich tanze heute für euch. Werft mir ruhig eure ganzen Edelsteine auf die Bühne. Toll. Jetzt muss ich gar nicht A oder B drücken. Nur das Steuerkreuz. Das ist natürlich in Ordnung. So habe ich jede Taste hier getroffen. Zwölf Gems. Wunderbar. Achso. Das war das Ziel. Und ich habe 15. Ich habe genug beisammen. Und wir kriegen 5 extra. Wunderbar. Wir haben Rang E geschafft. Okay. Yay. Wir sind Shantai. Der tanzende Genie. Oh yeah. 25 Edelsteine haben wir bekommen. Ja. Versuchen wir es noch einmal. Ein letztes Mal. Dann habe ich keine Lust mehr. Versuchen wir mal Rang D. Moment. Ich musste gerade eben 12. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das schneller ist oder schwerer oder so. Ja. Es ist schneller. B. B. A. B. A. A. Und Hüften kreisen. Hüften kreisen. Hui. Hui. Hüften kreisen. Ja. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich hierzu... Nein. Nein. Ich habe die letzten verpasst. Nein. Ich hoffe, ich habe trotzdem noch genug gesammelt. Okay. Unser Ziel sind 15. Und wie viele haben wir jetzt gesammelt? Komm schauen, komm schauen, komm schauen. Lass es 15 gewesen sein. Jawohl. Wir haben 17. Das ist mehr als genug. Jetzt kriegen wir 10 extra. Yeah. Wir haben Rang D geschafft. Wunderbar. Das ist mehr als genug. Far Tambone. Hier ist es funktioniert.